Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist wieder Bastelstunde angesagt, aber diesmal bauen wir nichts mit LEDs. Diesmal bauen wir uns eine externe SSD. Und zwar eine, die der Samsung T7 locker das Wasser reichen kann und dabei nicht 142 Euro kostet, wie dieses schöne Stück hier, sondern exakt 99,60 Euro. Wir liegen also unter 100 Euro. Wie wir das machen, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, Speicherplatz ist teuer. Vor allem Apple-Benutzer können davon ein Lied singen, weil Apple verlangt richtig, richtig viel Geld, um seinen internen Speicher zu erweitern. Das ist schon der Wahnsinn. Und genau aus dem Grund habe ich meinen Mac Mini M1 auch nur mit 256 GB bestellt. Ich habe ihn dann anschließend mit der Samsung SSD T7 in der 1TB-Variante erweitert und bin bis heute damit top zufrieden. Ein Review davon, von der Samsung T7 SSD, packe ich euch oben in die Infobox rein. Und die SSD kann man bedenkenlos kaufen, ist wunderbar. Und jedes Video, das ihr auf meinem Kanal seht, ist auf dieser SSD direkt geschnitten. Jetzt geht das Ganze natürlich auch ein bisschen günstiger. Und zwar habe ich bei AliExpress ein Case gefunden, ein M.2 NVMe Case von Oreo. Und da habe ich mir erstmal ein bisschen die Augen gerieben, weil das sollte nur 14,60 Euro kosten und unterstützt USB 3.1 Generation 2 mit 10 Gigabit pro Sekunde. Da dachte ich, hm, ja, kann sein, muss aber nicht, aber egal. Ich möchte es mal testen und habe es bestellt. Mittlerweile ist es auch da und ich muss sagen, es macht echt einen guten Eindruck. Im Karton befindet sich das Case. Das ist ein Plastik Case, also da nicht zu viel erwarten. Es ist ganz normales Plastik mit einem Alu-Deckel drüber, der dann die Wärme der NVMe SSD ableiten soll. Es befinden sich ein Kühlbett drin, es befinden sich alle Schrauben drin, ein Schraubenzieher und zwei USB-Kabel, wovon eins ein USB-C auf USB-C Kabel ist. Das ist auch das Richtige, das wir benötigen, um sie anzuschließen, weil das noch beiliegende USB-A auf USB-C Kabel kann man im Prinzip vergessen, weil USB 3.0 mit einem USB-A-Stecker schafft nur 5 GB pro Sekunde und das ist die halbe Geschwindigkeit, macht nicht wirklich Sinn. Ich habe mir als interne Speicherlösung für dieses Case eine Crucial P1 in der 1 TB Variante ausgesucht und da muss ich wirklich sagen, das ist ein absoluter Preiskracher, das Teil. Schafft 2000 MB Lesen und Schreiben pro Sekunde und kostet 89 Euro. Ich habe es auch schon günstiger gesehen, also bei Mediamarkt haben sie die mal rausgerauen für um die 70 Euro und es ist wirklich schwer eine SSD zu finden, die in dieser Preisregion liegt und diese Leistungsdaten hat. Ja und das Ziel ist jetzt eben mit den zwei Komponenten ganz simpel eine externe SSD-Lösung zu bauen, die geschwindigkeitstechnisch dann auch wirklich an das Samsung-Gerät rankommt und dabei eben unter 100 Euro kostet. Und ich hoffe, das wird auch so funktionieren. Ich würde sagen, wir bauen das Teil mal zusammen schnell ein, schließen es danach an, machen mal ein paar Geschwindigkeitstests. Wir sehen uns gleich am Schreibtisch. Bis gleich. So, damit sich das Video nicht so in die Länge zieht, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe die SSD ausgepackt, habe das Typenschild, was hier normalerweise drauf ist, abgezogen und habe das Wärme-Lightpad, das beim Gehäuse beilag, einfach auf den Speicherkontroller geklebt. Das war es eigentlich schon, was man an der SSD machen muss. Das Typenschild habe ich mir unten auf das Case von Oreo geklebt, dann weiß ich, was verbaut ist. Das kann man auch immer wieder sauber entfernen. Das geht ganz, ganz gut. Gut, falls man mal was dran ändert. Und die nächsten Schritte sind wirklich kinderleicht. Im Prinzip, man braucht nur das Case zu öffnen. Man schnappt sich die SSD, legt sie hier vorsichtig ein, bis zum Anschlag, drückt sie runter, nimmt das Case, schließt es. Und in dem Fall wundert euch bitte nicht, warum ich die SSD nicht verschraube. Das liegt daran, weil das Wärme-Lightpad drückt ja gegen das Alu hier und da sitzt die Bomben fest drin. Da braucht man also wirklich keine Angst haben, dass die irgendwie da drin rumwackelt oder irgendwie die Verbindung verliert oder sonst was. Das funktioniert so wunderbar. So, und dann wird das Case hinten noch zugeschraubt und das war es auch schon. Jetzt ist die externe Speicherlösung von uns schon einsatzbereit. Ich kann ein USB-C-Kabel nehmen, einstecken, die andere Seite an ein Mac Mini oder an sonst irgendein anderes Gerät. Es sind ja nicht nur Mac-User, die Speicherplatz benötigen und das war es. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu tun und so spart man sich 40 Euro mit vielleicht 5 Minuten Arbeit. Ich würde sagen, wir schließen das Teil jetzt mal an. Lassen mal den Blackmagic Speedtest drüber laufen und gucken mal, was dieses Teil jetzt tatsächlich bringt. So, hier nochmal zum Vergleich mein Test von der Samsung SSD T7, den ich damals gemacht habe. Und wie ihr seht, komme ich auf 707 MB beim Schreiben und 680 MB beim Lesen. Und das ist doch ein ziemlich guter Wert, damit bin ich top zufrieden. Aber wir wollen ja sehen, was die neue SSD kann und das schauen wir uns jetzt an. So, und hier haben wir die neue SSD, die ist selber zusammengebaute. Ich habe sie schon ausgewählt, die Testbedingungen sind genau die gleiche. Ich stehe hier auf 5 GB und ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Start und drücken die Daumen. Oh, okay. Und wie man sieht, ja krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir übertreffen die Samsung T7 beim Schreiben und sogar beim Lesen, sogar bei weitem. Das sind natürlich exzellente Werte. Jetzt werde ich gerade ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja, krass. Naja, ich würde sagen, Test gelungen. Wir sehen uns jetzt gleich zum Fazit. Bis dann. Ja, und wie ihr gesehen habt, ein absolut geiles Teil für unter 100 Euro, 1 TB und in dem Fall sogar noch schneller als die T7 bei mir am Mac Mini M1. Kann ich absolut nur empfehlen. Die Links zu den Produkten hier, zu der P1 und zu dem Gehäuse findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze dann bestellen und keine Angst wegen AliExpress hatte ich bis jetzt noch nie problemisch immer angekommen. Das Orico-Gehäuse gibt es aber auch in Deutschland. Da kostet es halt ein bisschen mehr. Aber ja, muss jeder selber wissen, wie ihr es macht. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was da möglich ist. Wollt es selber mal für mich ausprobieren und ich bin absolut begeistert. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.